Der heutige Predigtext steht im Philippabrief, und zwar die Verse 21 bis 26. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns noch einmal beten. Herr, und nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, heute kehren wir in die Stadt zurück, die wir zu den Weihnachtstagen vorübergehend verlassen hatten. Wir sind Philippi in Griechenland, circa zwei Autostunden östlich von Thessaloniki gelegen. Und wir machen Fortsetzung mit unserem Philippabrief, den Paulus geschrieben hat, an jenen ersten christlichen Brückenkopf damals in Europa. Und zu unserem Vorhaben gibt es sogar ein Zitat von William Shakespeare. In seinem Drama über die Ermordung Julius Cäsars, Cäsars Mörder Brutus wurde ja später von Cäsars Freunden besiegt und umgebracht in einer Schlacht, Sie ahnen es, bei Philippi, 42 vor Christus. Und Shakespeare in seinem Drama erzählt die Geschichte so. Einige Zeit vor der entscheidenden Schlacht hält Brutus im Traum Besuch von Cäsars angeblichem Geist, der ihm unheilvoll ankündigt, bei Philippi sehen wir uns wieder. Ja, Brutus fragt den Geist, warum kommst du? Und der Geist antwortet, to tell thee, thou shalt see me at Philippi. Du, um dir zu sagen, du wirst mich sehen in Philippi. In Philippi sehen wir uns wieder. Und bei Shakespeare ist es eine Drohung, die Herr Cäsars Rachegeist in den Mund legt. Hier in unserem Brief ist es genau das Gegenteil. Wir sehen uns wieder in Philippi. Das ist ein Versprechen. Das ist eine Freude. Wenn der Apostel seinen Schützling in dieser Stadt schreibt, wir haben es gehört, in Vers 25, ich werde bei euch allen sein. Und in Vers 26, ich komme wieder zu euch. Und in Kapitel 2, Vers 24, wird er dann nochmal betonen, ich vertraue aber in dem Herrn drauf, dass ich selbst bald kommen werde. Wir sehen uns wieder in Philippi. Das wäre vielleicht auch ein passender Gruß, den ich Ihnen in den nächsten Wochen immer am Ausgang mitgeben könnte. Wir sehen uns wieder in Philippi, also zum nächsten Abschnitt des Philippabriefs. Können wir mal probieren. Nicht einmal 100 Jahre nach der berühmten Schlacht, in der Brutus damals unterging, war dann der Apostel Paulus in dieser Stadt aufgetaucht, hatte das Evangelium von Jesus Christus gepredigt und dabei war eine lebendige Gemeinde entstanden, eine vielfältige Truppe, zu der auch der Kerkermeister von Philippi gehörte und die Geschäftsfrau Lydia und viele andere. Sie wurden alle angezogen von dieser neuen Botschaft. Denn Paulus hatte den Menschen etwas mitgebracht, was es für kein Geld der Welt zu kaufen gibt. Freude. Freude hatte er mitgebracht. Das ist ja der Grundton, der sich durch unseren Brief hindurchzieht. Und das heißt, wenn Sie in Ihrem Leben Freude vermissen, dann ergründen Sie bitte diesen Brief. Mindestens 16 Mal kommt in diesen vier Kapiteln das Wort Freude vor, sei es als Substantiv oder als Verb. Die Grundform im Griechischen ist Chara oder das Verb Scheire. 16 Mal in vier Kapiteln. Das Ziel unseres Lebens besteht darin, wie es in einem alten Bekenntnis heißt, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu freuen. Und darum sagt Paulus zum Beispiel, das ist der berühmteste Freudenvers in Kapitel 4, Vers 4, Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und diese Freude, in die Paulus uns hineinziehen will, das ist keine stille Selbstgenügsamkeit, die ich mir selbst abmache in meinem kleinen Seelchen, sondern diese Freude, das ist die Resonanz darauf, dass Gott mich angesprochen hat. Es ist eine Resonanzbeziehung entstanden zwischen Gott und mir. Gott hat mich gerufen. Ich durfte ihm antworten. Er hört meine Gebete. Die Freude des Philippabriefes, das werden wir Sonntag für Sonntag weiterhin sehen, ist verankert in dieser Beziehung zu Gott, die dann weitere Beziehungen stiftet zwischen Paulus und den Philippern. Und so entsteht und so wächst der Resonanzraum der christlichen Gemeinde, der ein Raum der Freude ist und in den wir auch hineingehören dürfen als eine Gemeinde. Und die Stärke dieser Freude, die Wucht dieser Freude, die Substanz dieser Freude, die wird im Philippabrief dadurch noch deutlicher, dass sie auch hinter Kerkermauern nicht verstummt und nicht versiegt. Ich darf noch mal daran erinnern, Paulus schreibt den Philippabrief aus dem Gefängnis, circa 61 nach Christus, wahrscheinlich gegen Ende seiner ersten Gefangenschaft in Rom, worauf die meisten Indizien hindeuten. Da liegt es etwa zehn Jahre zurück, dass Paulus diese Freude nach Philippi gebracht hatte. Zehn Jahre vorher war die Gemeinde in Philippi entstanden und der Philippabrief ist jetzt gewissermaßen ein Nachschubpaket, um die Freude weiter zu nähren, um die Freude am Leben zu erhalten, um die Freude zu vertiefen. Und darum sind wir so glücklich, diesen Brief zu haben. Denn was immer das frische Jahr im Einzelnen für uns bringen wird, es ist Gottes erklärter Wille. Es ist Gottes erklärter Wille, dass sich das wie ein roter Faden durch alle zwölf Monate und durch alle Stimmungslagen, die uns erwarten mögen, hindurchziehen wird. Freude. Das ist Gottes Wille. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Das ist der Plan. Wir sitzen nicht im Gefängnis wie der Apostel und wie viele Glaubensgeschwister in anderen Ländern, aber auch wir müssen mit schwierigen Umständen klarkommen. Jeder von uns. Jeder von uns hat seine Herausforderung auf der persönlichen Ebene, die er bewältigen muss. Und auch auf der gesellschaftlichen Ebene sehen wir uns einer aggressiven Dynamik gegenüber, die offensichtlich die letzten Reste christlich-abendländischer Prägung auch noch ausmerzen will. Und das sind keine gemütlichen Aussichten. Und als Christen können wir daran nicht einfach vorbeisehen, sondern müssen uns dazu verhalten, unsere Verantwortung wahrnehmen. Und das heißt, wir brauchen Freude, die stärker ist als die Umstände. Damals im Gefängnis, heute unter unseren Bedingungen. Stärker als die Umstände. Und es ist ein Hauptanliegen des Philippabriefes, uns dieses Gottesgeschenk der Freude zu vermitteln. Diesen Brief zu studieren bedeutet, das Geschenk der Freude gemeinsam auszupacken. Und das Ziel wird immer sein, dass wir aus jedem Gottesdienst etwas froher herausgehen, als wir hineingekommen sind. Diese vier Kapitel wollen also eine Quelle der Freude sein. Und wir gehen jetzt ganz schnell wieder in das erste Kapitel hinein und nehmen den Faden dort auf, wo wir ihn im November niedergelegt hatten, vor der Adventszeit, nämlich bei dem machtvollen Vers 21. Philippe 1, Vers 21, wo Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Davor hat er nochmal betont in Vers 20, dass ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Warum sagt Paulus das? Er sagt das nicht, weil er lebensmüde wäre, sondern er sagt das, weil seine persönliche Situation nicht mehr weit von einer Hinrichtung entfernt ist. Und er sagt den Philippern damit, Leute, selbst wenn es dazu kommen sollte, ihr müsst euch nicht sorgen um mich, denn es wird für mich in jedem Fall gut ausgehen. Und das ist der Titel, der bei unserer Predigt heute steht, gut oder besser, warum Christen nichts passieren kann. Gut oder besser, warum Christen nichts passieren kann. Denn als Paulus das schreibt, wie gesagt, höchstwahrscheinlich von Rom aus, da wartet er auf sein Urteil, wie das so viele Missionare bis heute erleben müssen, dass die Gegner des Evangeliums alle Hebel in Bewegung setzen, um die Ausbreitung der Rettungsbotschaft zu unterdrücken. Und es finden sich immer wieder staatliche Organe, die dabei mitmachen, die Christen verurteilen und gegebenenfalls aufs Schafott bringen. Paulus weiß nicht, wie es ausgehen wird. Und er nutzt jetzt die Zeit, um gerade unter diesen Umständen eine Erfahrung aufzuschreiben, eine Erkenntnis weiterzugeben, die Gott ihm geschenkt hat. Nämlich, wie wir als Christen trotzdem Freude in unserem Leben haben können. Freude, die so stabil ist, dass sie von den wechselnden Umständen nicht gefährdet werden kann. Weil diese wechselnden Umstände an diese Freude gar nicht rankommen. Diese Freude, von der Paulus redet, ist keine stoische Ruhe. Kein stoischer Gleichmut, der durch nichts erschüttert werden kann, egal, welche Gewehrkugeln um mich herumfliegen, mich kann nichts erschüttern. So ist das nicht gemeint. Diese Freude ist eine lebendige Freude, die auch durch Stürme durch muss, die auch durch Tränen durch muss, aber die immer noch da ist. Für diese Freude ist der Philippabrief eine Fundgruppe. Und gleich im ersten Kapitel zeigt uns der Apostel eine Freudenquelle, die jedem echten Christen offen steht. Und wissen Sie, welche Freude das ist? Das ist die Freude des Dienstes für Jesus. Diese Freudenquelle zeigt uns Paulus im ersten Kapitel, dass sein Name geehrt wird, dass seine Gemeinde ausgebreitet wird. Nun, wer Jesus nicht kennt, für den ist das unfassbar. Der sagt, wie kann das eine Quelle von Freude sein, dass ich einem anderen diene? Aber wer in dieser Resonanzbeziehung mit Jesus lebt, selber lebt, der weiß, wovon Paulus hier redet. Und das begann ja schon in Kapitel 1, Vers 12. Wir haben uns das genauer angeguckt, wo Paulus sagt, ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, also Gefängnis, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Paulus sagt, Leute, natürlich ist das schwer, hier zu sitzen im Knast und so eingeschränkt zu sein, aber es ist keine Katastrophe, weil es der Ausbreitung des Evangeliums dient. Und dann schreibt er weiter, Vers 13, dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Praetorium und bei allen anderen offenbar geworden. Es sind schon so viele Soldaten, an die ich gekettet gewesen bin und die mich Tag für Tag bewachen müssen, denen ich das Evangelium sagen konnte. Es dient alles der Ausbreitung des Evangeliums, weil ich jetzt an Leute rankomme, mit denen ich vorher nie ausführlich hätte sprechen können. Und schon so viele Kollegen wurden durch mein Beispiel, dass ich im Knast sitze für das Evangelium, motiviert, das sagt Paulus in Vers 14, die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden zu reden, das Wort ohne Scheu. Die haben gesagt, okay, der Apostel sitzt im Gefängnis, jetzt wollen wir aber nicht zurückstehen und auch predigen, mutig predigen. Es läuft doch bestens, sagt Paulus. Und darum ist die Kernstelle in diesem Abschnitt, um die der ganze Text kreist, eigentlich Vers 18, wo Paulus sagt, wenn nur Christus verkündigt wird, so freue ich mich darüber. Und nicht nur das, sondern ich werde mich auch weiterhin freuen. Hauptsache Christus wird verkündigt und einige sagen, ist das nicht ein bisschen zweckoptimistisch? Paulus, malst du dir die Welt nicht etwas schön, um im Gefängnis besser auszuhalten und Paulus sagt, nein, natürlich sehe ich das, worauf er mich hinweist, dass unter den Kollegen, die motiviert worden sind, nun auch mutiger in die Öffentlichkeit zu treten, dass da auch etliche drunter sind, die das machen, um mir eins auszuwischen. Weiß ich, natürlich Vers 15, einige predigen Christus aus Neid und Streitsucht. Oder Vers 17, sie verkündigen Christus aus Eigennutzen und nicht lauter und möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Das sehe ich natürlich, dass da einige sind, die mir auch eins auswischen wollen, obwohl sie Christen sind, aus Neid, aus Geltungssucht, aus Dummheit, warum auch immer. Aber, sagt Paulus, die haben doch nicht die Macht, meine Freude zu zerstören. Meine Freude hängt doch nicht am Grad meiner Beliebtheit. Meine Freude hängt doch nicht daran, dass möglichst wenige was Schlechtes über mich sagen. Meine Freude hängt doch nicht am Grad meiner Bequemlichkeit. Meine Freude hängt auch nicht an der Anzahl meiner YouTube-Klicks. Hauptsache, Christus wird verkündigt. Wenn nur Christus verkündigt wird, Vers 18, freue ich mich und ich werde mich weiterhin freuen. Ja, und dann kommt der Nächste ein, weil ja, und wenn du bald sterben musst, und wenn ich bald sterben müsste, sagt Paulus dann ab Vers 19 und 20, solange Christus durch mein Sterben verherrlicht wird, solange ich ihm auch im Sterben treu bin, solange auch mein Sterben noch ein Zeugnis für seine Macht sein kann, bin ich im Innersten zufrieden. Ich freue mich und ich werde mich weiter freuen. Und ich möchte dich fragen, kennst du diese Freude? Diese Freude des Dienstes für Jesus, um Jesu Willen, dass sein Name geehrt wird, dass seine Gemeinde gebaut wird, dass seine Herde geweidet wird, die Freude. Kennst du diese Freude? Und dann kommt dieser Hammersatz, dieser Hammersatz, mit dem wir vor der Adventszeit geschlossen hatten und mit dem wir heute weitermachen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Es geht ja um Freude. Und Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Jesus und ich gehören untrennbar zusammen. Er ist mein Leben. Und das darf jeder Christ von sich sagen, Christus ist mein Leben. Der gute Hirte hat versprochen, dass mich niemand aus seiner Hand reißen darf. Paulus wusste, was Jesus in Johannes 10, Vers 28 gesagt hat. Niemand wird meine Schafe aus meiner Hand reißen. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Wer zu seiner Herde gehört, den beschützt er unter allen Umständen. Christus ist mein Leben. Und dann natürlich die Frage, wie kommt man in diese Herde hinein? Vielleicht wissen Sie noch gar nicht, ob Sie in dieser Herde wirklich schon dabei sind. Das beantwortet Jesus auch in Johannes 10, Vers 9. Da sagt er, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden und er wird Weide finden. Ich muss also zu Jesus persönlich kommen. Und das kann ich, weil er auch verstanden ist, weil er Gebete hört. Ich muss mich vor Jesus persönlich beugen, zu Jesus persönlich sagen, Herr, ich brauche dich. Und ich muss ihn um das eine Geschenk bitten, was er schon längst für mich bereithält, nämlich die Vergebung meiner Schuld, die Vergebung meiner Gottlosigkeit. Das sagt er auch zwei Verse später in Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das hat Jesus gemacht. Er hat sein Leben am Kreuz für uns geopfert. Er hat, wie wir das hier wieder und wieder sagen, weil es die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens ist, stellvertretend für uns, die Strafe erduldet am Kreuz, die wir verdient gehabt hätten, weil wir Gott gegenüber so sind, wie wir sind. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und er ist jetzt die Tür. Und wer durch diese Tür hineingeht, wer zu Jesus kommt mit der Bitte um Vergebung meiner Schuld und sich beugt und anvertraut, diesen guten Hirten gegenüber, der gehört zur Herde. Dem kann nichts mehr passieren. Der kann einstimmen, dieses Bekenntnis, Christus ist mein Leben. Und genau das hatte Paulus getan. Paulus hatte Jesus gefunden, den guten Hirten, nachdem Jesus ihn gefunden hatte, muss man sagen. Denn Paulus hatte sich ja lange gesträubt. Weil Paulus glaubte, als ein frommer Mann mit dem lieben Gott schon klar zu kommen. Das war der größte Irrtum seines Lebens. Und er war sehr verbissen in seiner Frömmigkeit. Und dann hat Jesus ihn aus seinem alten, verbissenen Leben herausgeworfen. Und da hat Paulus kapiert, ich brauche Jesus. Ich bin verloren vor Gott, trotz meiner ganzen Frömmigkeit. Und so wurde er ein Mitglied der Herde Jesu. Und darum kann das Damoklesschwert einer möglichen Verurteilung durch die römische Justiz ihn dicht in die Knie zwingen, ihn nicht in die Verzweiflung stürzen. Weil Paulus weiß, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und darin liegt auch der Grund dafür, dass für die Christen, wenn sie von einem Unrechtssystem ins Gefängnis gesteckt werden, Selbstmord keine Option ist. Wenn dann jemand in einer psychischen Umnachtung das dennoch tut, das ist eine andere Frage. Aber für Christen ist Selbstmord keine Option. In der Widerstandsbewegung gegen die Nazis waren ja auch viele Christen beteiligt. Es gibt eine spannende Dissertation dazu von Hans-Joachim Ramm, stets einem höheren verantwortlich christliche Grundüberzeugungen im innermilitärischen Widerstand gegen Hitler. Und als die Widerstandsbewegung aufflog, als nach dem Stauffenberg-Attentat viele der Beteiligten plötzlich herauskamen, Listen gefunden worden mit Namen, mit Dokumenten, da waren noch viele Christen dabei. Und einige der Widerstandskämpfer, die im Gefängnis festsahen und wussten, wir werden erhängt werden, die keine Christen waren, haben früher oder später Hand an sich gelegt. Aber für die Christen war das keine Option. Weil sie wussten, unser Leben ist in Gottes Hand. Unser Leben ist in Gottes Hand, auch wenn wir im Knast der Nazis sitzen. Auch wenn es uns eine grausame Strangulierung erwartet. Wir sind in Gottes Hand. Und das gilt nicht nur im Gefängnis. Letzte Woche sagte mir, ein Glaubensbruder in einem Telefonat, der eine schwierige Diagnose bekommen hat, der verglich sein Leben mit einem Reisepass. Und er sagte zu mir, wenn der Herr mir noch mal seinen Stempel reinsetzt und sagt verlängert, er bestimmt das, dann werde ich noch mehr Zeit haben. Weil dieser Glaubensbruder weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Und wenn der Herr mir den Stempel in den Pass reinsetzt, er kann es machen, wenn er will. Und aus genau dem gleichen Grund steht Paulus in dieser äußerlich bedrängten Situation, in der diese Verse entstanden sind, immer noch vor einer komfortablen Alternative. Ja, Sie haben richtig gehört, vor einer komfortablen Alternative, hören Sie nochmal ab Vers 22. Paulus sagt, wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheinen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch, also in diesem sterblichen Körper noch, zu bleiben, um eure Twillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Haben Sie diesen Ton gehört? Es geht um gut oder besser, warum Christen nichts passieren kann. Gott gehen die Möglichkeiten, doch niemals aus. Die Gegner haben bestimmt gedacht, jetzt sitzt Paulus in der Falle, da kommt er nicht mehr raus. Aber Paulus selbst wusste, es kann nur gut werden, so oder so, gut oder besser. Und darum, und das ist jetzt spannend zu verfolgen, darum wägt der Apostel diese beiden Möglichkeiten gegeneinander ab in diesen Versen, auch wenn er das ja selbst nicht entscheiden kann. Das ist ihm ja aus den Händen genommen, wie das Urteil ausfällt. Aber Paulus weiß, ich kann beiden Lösungen getrost entgegensehen. Das Todesurteil jetzt kommt oder ob ich nochmal rauskomme. Beide Optionen werden für mich ein Quell neuer Freude sein. Und am Ende teilt er uns doch eine klare Präferenz mit, also was er unbedingt bevorzugen würde. Aber Paulus sagt auch, selbst wenn ich das entscheiden könnte, was ich nicht kann, wenn ich das entscheiden könnte, wie es jetzt weitergehen soll mit mir, dann bin ich hin und her gerissen zwischen zwei guten Möglichkeiten. Ich stehe vor einer komfortablen Alternative, Vers 22, wenn ich weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu, zu bleiben oder zu gehen. Und Sie müssen das richtig verstehen, es setzt mir beides hart zu, bedeutet nicht, ich stehe zwischen zwei Übeln, sondern es bedeutet genau das Gegenteil. Es setzt mir beides hart zu, bedeutet genau das Gegenteil, weil es bedeutet, ja, ich werde von beiden Möglichkeiten bedrängt. Beide Möglichkeiten drängen sich mir auf. Beide Ausgänge sind vielversprechend und erstrebenswert. So ist das hier gemeint. Ich bin zwischen beiden Möglichkeiten hin und her gerissen. Das meint er, wenn er sagt, das setzt mir beides hart zu. Also stellen Sie sich vor, jemand findet bei seiner Wohnungssuche zwei gute Adressen. Zwei gute Objekte, bei denen er sich es jeweils vorstellen kann, schön dort zu leben. Und er sagt, ich weiß nicht, für welche ich mich entscheiden soll. Das setzt mir beides hart zu, weil beide so gut sind. So ist das hier gemeint. Gut oder besser? Wobei das Gut und Besser auch noch austariert werden muss. Und mit seinem Vergleich, ganz wichtig, fragt Paulus nicht, was ist das kleinere Übel von beiden? Todesurteil oder nochmal rauskommen und kämpfen müssen. Sondern er fragt, was ist das größere Glück? Und dann geht der Apostel die beiden Möglichkeiten einfach durch. Und das wollen wir jetzt auch machen. Die erste Möglichkeit heißt heimgehen, wenn Sie mitschreiben. Und die zweite Möglichkeit heißt weiterkämpfen. Und am Ende formuliert er eine klare Präferenz. Erste Möglichkeit, heimgehen. Sagt er in Vers 21, sterben ist mein Gewinn. Sagt er in Vers 23, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Heimgehen. Damit würde Paulus binnen kurzer Zeit zu dem Teil der Gemeinde dazustoßen, den wir in der Theologie die Ekklesia Triumphans nennen. Das ist die bereits triumphierende Gemeinde, die bereits beim Herrn ist und ohne jegliche Anfechtung ihn lobt und ehrt. Und natürlich hätte das viele Vorteile. Paulus sagt das auch, das wäre viel besser. Im Griechischen ist die Formulierung, was auch viel besser wäre, geradezu umständlich. Paulus sagt, das wäre viel mehr besser. Das ist ein mehrfacher Komparativ. Und eine gute Übersetzung wäre etwa, das wäre weitaus das Beste. So schreibt er das hier. Und damit macht Paulus eben deutlich, es geht nicht um die Frage nach dem kleinsten Übel, sondern um die Frage, was ist das größte Glück, gut oder besser. Und schauen Sie, wie emotional stark dieser Impuls ist, wenn Paulus sagt, ich habe Lust zu übersetzen, Luther, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden, da steht im griechischen Epithymia, ein starkes Bedürfnis. Nein, Paulus hatte keine Todessehnsucht. Paulus hat den Tod nicht verharmlost. Auch Paulus hat vor dieser letzten Stunde gegraust. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, der Tod ist der letzte Feind. Das wird hier in keiner Weise relativiert. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, er würde lieber überkleidet als entkleidet werden. Das heißt, lieber Jesus wiederkommen, bevor ich sterbe, damit ich da nicht durch muss. Das war ihm schon klar, aber trotzdem, trotzdem wusste er, dass der Tod ihm letztlich nicht schaden konnte. Trotzdem wusste er, dass der Tod kein Untergang sein würde, sondern ein Heim lang. Und das zeigt sich an dem Wort, das Paulus hier verwendet, das übersetzt ist mit aus der Welt scheiden. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden. Ein ganz auffälliges Wort. Im Griechischen heißt das Analysei. Und das kann man am besten übersetzen mit aufbrechen. Ich habe Lust, aufzubrechen. Das ist ein Begriff aus der Camper-Sprache. Paulus war ja Zeltmacher. Und wenn Sie Camper sind, können Sie sich das vielleicht vorstellen. Aufbrechen, das bedeutet, sein Zelt wieder abbauen und endlich nach Hause gehen, wo ein richtiges Haus auf mich wartet. Das meint das. Aufbrechen, Zelt zusammenfalten, richtig nach Hause gehen. Und dieses Wort, Analysei, kommt auch in der Schifffahrt vor. Aufbrechen. Wenn ein Schiff, das in einem fremden Hafen liegt, den Anker lichtet, die Segel setzt, um endlich die große Reise anzutreten, die Heimreise in den Heimathafen. Das bedeutet aufbrechen. Da finden wir dieses Wort wieder. Verstehen Sie? Und dann kann das Wort auch ausdrücken, wie ein Gefangener von seinen Fesseln und Ketten gelöst wird, um endlich in die Freiheit aufzubrechen und endlich nach Hause zu kommen. Das bedeutet aufbrechen. Ich habe Lust aufzubrechen. Ich habe Lust, das Zelt zusammenzuklappen und endlich nach Hause zu kommen, den Anker zu lichten und endlich in den Heimathafen zu steuern, die Fesseln loszuwerden und endlich ein freier Mann zu werden. Und Alec Mottheuer sagt in seinem wunderbaren Kommentar zum Philippabrief, wenn Christen sterben, dann liegen alle Unsicherheiten und Gefahren hinter ihnen. Die Gefahren und Unsicherheiten des Camperlebens auch und des vorübergehenden Aufenthalts in einem fremden Hafen. Das ist das Wunderbare daran, wenn Christen sterben. Und Paulus weiß, dann werden alle Schatten dieser irdischen Existenz verflogen sein. Dann wird der volle Tag anbrechen. Dann wird die Freude eine unvorstellbare Dimension gewinnen und sie wird nie mehr enden und durch nichts mehr getrübt werden. Dann wird erfahrbare Realität werden, was Paulus in Erstgründer 2, Vers 9 einmal so ausdrückt, da zitiert er aus dem Propheten Jesaja und sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das alles steckt in diesem wunderbaren Wörtchen Abscheiden, Aufbrechen, Heimgehen. Aber damit ist noch nicht alles gesagt. Das Wichtigste ist ja, zu wem ich gehe. Und deswegen fährt Paulus fort, ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Man kann auch übersetzen und mit Christus zu sein. Das heißt, der gute Hirte, den ich in diesem Leben kennenlernen durfte, der wird mich dann noch über die letzte Schwelle tragen, heimzugehen und bei Christus zu sein. Und wenn ich auf der anderen Seite die Augen wieder aufmache, werde ich noch immer bei ihm sein und zwar vollständiger als je zuvor. Und dann wird genau das geschehen, was wir im Kinderlied über diesen Hirten gesungen haben, sollte ich denn nicht fröhlich sein, da ich sein bin und er mein, denn nach diesen Erdentagen werde ich endlich heimgetragen in des Hirtenarm und Schoß. Amen. Ja, mein Glück ist groß. Gut oder besser. Mein Glück ist groß. Und weil das wahr ist, hat Jesus dem Verbrecher noch am Kreuz, der sich ja in letzter Stunde zu ihm bekehrte, versprochen. Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute. Und als die Stephanus zu Tode steinigten, was waren da die letzten Worte des Stephanus, die uns berichtet werden? Apostelgeschichte 7, Vers 59. Herr, nimm meinen Geist auf, sagt er. Das heißt, Jesus, ich komme zu dir und Stephanus wusste genau, ich werde erwartet. Ich werde erwartet von dem Herrn, der mir auch hier immer treu war. Und dennoch hat sich im Laufe der Zeit, und es ist wichtig, dass wir das an dieser Stelle thematisieren, eine Lehre entwickelt, die davon ausgeht, dass wir nicht direkt bewusst bei Jesus sind nach dem Tod, sondern dass wir erstmal in eine Art Seelenschlaf versetzt werden. Eine Zeit, wo wir nicht bei Bewusstsein sind, bis Jesus dann am Ende wiederkommt und uns auferweckt. Diese Lehre vom Seelenschlaf beruft sich auf Stellen wie zum Beispiel Apostelgeschichte 7, Vers 60, wo es von Stephanus dann heißt und er entschlief. Oder auf 1. Thessalonicher 4, wo Paulus sagt, erst wenn Jesus wiederkommt, werden die entschlafenen Christen leiblich auferstehen. Darauf beruft sich diese Theorie vom Seelenschlaf und man fragt, wie passt das zusammen? Sofort nach dem Sterben unmittelbar bei Jesus zu sein, wie das auch unser Text hier nahelegt, abzuscheiden, um bei Christus zu sein, aber erst bei seiner Wiederkunft am Ende der Zeiten leiblich aufzuerstehen. Die Antwort ist gar nicht so schwer. In 2. Korinther 5, Vers 6 macht Paulus eigentlich alles klar. Da sagt er, 2. Korinther 5, Vers 6, Solange wir noch in diesem irdischen Leib beheimatet sind, sind wir fern vom Herrn. Das heißt, können wir den Herrn noch nicht sehen. Wir können zu ihm beten, wir wissen uns bei ihm geborgen, aber wir können ihn noch nicht sehen. Solange wir in diesem irdischen Leib beheimatet sind, sind wir fern vom Herrn. Aber dann in Vers 8 erklärt Paulus, warum das Sterben die Situation des Christen massiv verbessert. Da sagt er dann nämlich, wir haben Wuhne gefallen, auszuwandern aus dem Leib und daheim zu sein beim Herrn. Denn wir sterben. Wir haben Lust, wir haben Wohlgefallen daran, dann auszuwandern auf dem Leib und daheim zu sein beim Herrn. Das heißt, entschlafen bedeutet, diesen Leib zurückzulassen. Das meint entschlafen. Er entschlief. Er ließ sein Leib hier zurück. Entschlafen bedeutet, wir legen diesen Leib ab, wir legen ihn in den Sarg. Das heißt, unsere Angehörigen legen ihn in den Sarg. Das Bestattungsunternehmen lebt ihn in den Sarg, weil wir lassen den Leib zurück. Aber das betrifft nur die physische Seite. Zugleich wird unser Geist, unsere Seele, wenn Sie so wollen, im Moment unseres Todes, wo sein? Daheim beim Herrn. 2. Grunde 5, Vers 8. Daheim beim Herrn. Und deshalb betete Stephan uns auch, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ich komme. Und deshalb versprach der Herr Jesus dem bekehrten Verbrecher, doch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und deshalb waren auch Mose und Elia bei der Verklärung des Herrn Jesus dabei, obwohl sie Jahrhunderte davor gestorben sind, weil sie sich offenbar nicht im Seelenschlaf befunden haben. Und deshalb sagt Paulus hier in unserem Vers, ja, was die größte Freude des Heimgehens ausmacht, Lust abzuscheiden und mit Christus zu sein. Darauf kannst du dich verlassen. Paulus sagt nicht, ich habe Lust abzuscheiden und dann erst mal im Seelenschlaf ein paar Jahrhunderte Ruhe zu haben, sondern Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Darauf kannst du dich verlassen. Du stirbst in seine Arme hinein. Und deswegen ist es biblisch abgedeckt, was der Philosoph zu ihren Kirkegab mit einem alten Kirchenlied auf seinen Grabstein setzen ließ. Kurz ist die Zeit, dann ist es gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann will ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen, mit Christus sein. Das heißt, wenn wir unseren Leib hier zurücklassen, sind wir als Person sofort beim Herrn. Du musst keine Angst haben. Damit lehrt die Bibel ausdrücklich aber nicht, was das Griechentum propagierte. Die Griechen sagten, naja, wir können froh sein, wenn unsere sterbliche Seele endlich von der Körperlichkeit befreit ist. Das ist nicht das biblische Menschenbild. Sondern die Bibel sagt, im Gegenteil, am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle, die zu ihm gehören und die jetzt schon bei ihm sind und die jetzt auch schon im Glauben an ihn gestorben sind und in diesem wunderbaren Vorzimmer zum Himmel schon glücklich sind, dann werden alle, die auch einen neuen Leib bekommen, wenn er wiederkommt. Und der wird dann nicht mehr sterblich sein. Der wird dann ganz ähnlich sein dem Auferstehungsleib unseres Herrn. Das liegt noch in der Zukunft. Aber schon vorher konnte Paulus ganz getrost schreiben, ich habe Lust, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Und deshalb, ihr Lieben, müsst ihr euch nicht sorgen, sagt Paulus. Wenn sie die Todesstrafe verhängen sollten, dann geht es auf kürzesten Wege nach Hause. Ihr müsst euch nicht sorgen. Was nicht heißt, dass euch das Trauern erspart bleiben wird. Was nicht heißt, dass keine Tränen fließen werden. Nirgendwo lehrt die Bibel, dass wir an Gräbern nicht trauern dürfen. Schauen Sie, unser Herr hat ja selbst angesichts des Sterbens seines Freundes Lazarus Tränen vergossen. Obwohl er wusste, dass er ihn auferwecken würde. Er hat Tränen vergossen, weil ihn das Leid betrübte, das damit verbunden war. Und auch hier in diesem Freudenbrief, im Philippabrief, da bekennt Paulus, wie erleichtert er war, dass Epaphroditus an seiner schweren Krankheit nicht gestorben ist. Warum? Weil ihnen damit eine riesengroße Traurigkeit erspart. Wie Paulus schreibt in Philippa 2, 27 Epaphroditus, er war auch todkrank, also das war dieser Mitarbeiter, den die Philippa ihm geschickt hatten, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht allein über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit noch zu der Nächsten hätte. Mann gut, dass uns diese Traurigkeit erspart geblieben ist. Paulus sagt nicht, naja, ihr müsst euch nicht sorgen, Epaphroditus ist ja ein Christ und wenn er beim Herrn ist, verziehen wir keine Miene, sondern Paulus sagt, um Epaphroditus hätten wir uns keine Sorgen machen müssen, der wäre beim Herrn gewesen, aber wir, wir, seine Freunde, hätten den Abschiedsschmerz gehabt und ich bin froh, dass in der Situation der Herr uns das nicht auch noch zugemutet hat. Ja, auch Christen trauern um ihre Lieben, aber wir trauern anders als die Heiden. Warum trauern wir anders als die Heiden? Weil wir wissen, dass wir uns beim Herrn wiedersehen werden. Der Herr Jesus hat es selbst gesagt in Johannes 17, Vers 24, im hohepriesterlichen Gebet, da sagt der Herr Jesus ausdrücklich, Vater, ich will, Johannes 17, 24, das wo ich bin, auch die bei mir sein werden, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Jesus sagt, die, die zu mir gehören, Herr, die sollen im Himmel auch bei mir sein. Wir werden uns wiedersehen beim Herrn. Wir werden uns wiedersehen bei Jesus und mit Jesus. Und diese Gewissheit ist in viele christliche Abschiedslieder eingegangen, die darauf baut, dass wir bei Jesus zusammenkommen werden. Ich will Ihnen nur zwei Beispiele zweier älterer Lieder sagen. Einige kennen die vielleicht noch, das eine Lied heißt Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Und da heißt es Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen, schenkt euch Liebe zum Paniere, durch das Todesflut euch führe. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Und dann heißt es im Refrain mal wiedersehen, wiedersehen, einst vor Gottes Thron wir stehen. Das ist unsere Hoffnung beim Abschied. Und ein anderes Lied, lebt wohl ihr Brüder, lebt wohl, da heißt es, sind wir dem Leibe nach getrennt, so weiß ich, dass uns Jesus kennt, der uns auch als ein guter Hirt im Himmel wieder sammeln wird. Dort sind wir ewiglich vereint, wo niemand Abschiedstränen weint und wo wir mit der großen Schar Gott dienen werden, immer da. Das ist die Hoffnung der Christen. Und es ist eine bestens begründete Gewissheit, weil Jesus gesagt hat, wir werden uns wiedersehen und ihr werdet bei mir sein, auf ewig. Und darum ist in der Trauer von Christen um Christen immer auch der Keim der Vorfreude enthalten, auf das Wiedersehen beim Herrn. Immer auch der Keim der Vorfreude enthalten, wenn Christen um Christen trauern. Heimgehen. Aber hier in der Situation gibt es für Paulus dann noch eine andere Möglichkeit als Heimgehen, die müssen wir uns auch noch kurz anschauen. Und diese Möglichkeit lautet Weiterkämpfen. Er schreibt ab Vers 22, wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Also weiterkämpfen. Heimgehen bedeutet, in die Ekklesia Triumphans aufzusteigen. Weiterkämpfen heißt, noch für einige Zeit, solange der Herr das will, in der Ekklesia Militans zu bleiben. Das ist der Gegenbegriff. Es gibt nur die Ekklesia Triumphans, derer, die jetzt im Himmel schon feiern und die Ekklesia Militans, derer, die hier auf Erden gemeinsam den Kampf des Glaubens kämpfen mit ihrem Herrn und für ihren Herrn. Und in beiden Fällen ist das gut. Es ist beides gut. Paulus sagt das auch im Römerbrief in Kapitel 14, das ist wie eine Kurzfassung unseres Textes. In Vers 8, Römer 14, Vers 8, da sagt Paulus, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Gut oder besser? Besser oder besser? Alles in Ordnung. Und dann vergleicht Paulus diese beiden Optionen nochmal. Und er sagt, Leute, wenn es nur um mich ginge, um mein Wohlergehen, dann wäre der Heimgang jetzt sicher die elegantere Lösung. Vers 23, viel, viel besser wäre es. Aber, fährt er im nächsten Vers fort, es ist nötiger, nötiger, im Fleisch zu bleiben. Also noch in diesem irdischen Leib zu bleiben, das heißt bei euch zu bleiben. Es ist nötiger für das Ganze der Gemeinde Jesu, dass ich noch bleibe. Dass ich noch hier mit meinem sterblichen Leib, diesem Madensack, wie Luther sagen würde, auf dieser Erde, bleibe und weitermache. Und die Begründung lautet, um euretwillen. Und dieses Wort euch, Hymin, das kommt in diesen drei Versen fünfmal vor. Schauen Sie, es steht in Vers 24, es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben und euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Fünfmal in drei Versen. Paulus sagt, wenn es nur um mich ginge, dann würde sich die Waage wahrscheinlich auf die andere Seite neigen. Wahrscheinlich eher jetzt gleich nach Hause. Aber, wenn der Herr mir noch einen Auftrag gibt, um euretwillen, mit dem ich ihm dienen kann, euch dienen kann, dann mache ich weiter. Und merken Sie, damit ordnet Paulus sein eigenes Wohlergehen und seine eigenen Wünsche dem Wohl der Gemeinde unter. Was für ein Vorbild. Wie schnell stehen wir in der Gefahr, zumindest so zu denken, naja, erstmal musst du so dein eigenes Schäfchen ins Trockene bringen und wenn das gesichert ist, dann kannst du nochmal über den Dienst für den Herrn und seine Gemeinde nachdenken. Wie schnell stehen wir in der Gefahr, so zu denken und wie leicht sind wir versucht, wir alle, unser eigenes Wohlergehen, unsere eigenen Planungen, unsere eigenen Vorlieben, unsere eigenen Vorstellungen ganz selbstverständlich dem überzuordnen, was der Herr möglicherweise als Aufträge für uns vorgesehen hat. Und Paulus will mit seinem Beispiel auch unser Gewissen in Bewegung bringen. Das ist ein krasser Satz dieser Vers 22. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleiß, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Paulus sagt, es gibt nur einen Grund, warum der Herr mich noch hier lassen sollte. Sonst könnte er mich gleich zu sich rufen. Ab in die Ekklesiatrie umfahren. Es gibt nur einen Grund, um für ihn zu arbeiten. Und dieser Ausdruck Frucht schaffen in Vers 22 dient dazu, mehr Frucht zu schaffen ist genial. Weil er sowohl unsere Abhängigkeit von Gott als auch unsere Verantwortung zum Handeln miteinander verbindet. Frucht, das heißt, wenn etwas Heilsames bei unserem Dienst rauskommen soll, dann muss Gott das wachsen lassen. Das ist Frucht, das ist kein Produkt, das wir herstellen, sondern eine Frucht, die Gott wachsen lässt. Wir sind darauf angewiesen, dass er seinen Segen dazu gibt, dass er es wachsen lässt. Aber hier steht dann Frucht schaffen. Und das Wort schaffen, da steckt das griechische Wort für Arbeiter hinter, Ergon. Also wir sollen es einsetzen. Solange der Herr mich noch hier lässt, will ich schuften für diese Frucht. Ich will mich reinhängen. Ich will den Gemeinden so gut dienen, wie es irgend geht. Und das ist zugleich noch eine Botschaft des Paulus an die Intriganten, die ihn am liebsten schon abgesägt hätten, um selber freies Feld zu haben, als wollte er ihnen sagen, Leute, freut euch nicht zu früh, mit mir es weiter zu rechnen. Ich predige weiter. Macht euch keine falschen Hoffnungen. Ich will noch Frucht schaffen. Und worin diese Frucht besteht, für die Paulus arbeitet, das sehen wir dann ganz konkret zum Schluss in den Versen 25 und 26. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühm in Christus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Das ist das Ziel, das ist Frucht, dass ihr geistlich gefördert werdet, dass ihr im Glauben wachsen könnt, dass ihr gute Lehre bekommt, dass ihr gut seelsorgerlich beraten werdet, dass ihr gute Orientierung vor eurem Gemeindeaufbau bekommt, dass ihr geistlich reifen könnt. Das ist die Frucht und dass dadurch eure Freude im Glauben wächst. Denn je völliger ihr Christus dient, umso mehr wird eure Freude an ihm wachsen. Und die Folge dessen ist, dass Christus, wie er in Vers 26 sagt, noch mehr gerühmt wird. Euer rühmenden Christus und dann fügt er so klein hinzu noch durch mich, das heißt durch meinen Dienst, der dazu beiträgt, dass ihr geistlich gefördert werdet, dass eure Freude im Glauben wächst und dass so Christus noch mehr von euch gerühmt wird und alles seiner Ehre dient. Und dafür, sagt Paulus, werde ich kämpfen bis zum letzten Atemzug. Und damit stellt Paulus klar, es gibt keine dritte Möglichkeit. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Entweder du gehörst zur Ekklesia Triumphans, das heißt ihr alle natürlich noch nicht, aber Heimgang, dann ab in die Ekklesia Triumphans oder weiter kämpfen, dann bist du noch in der Ekklesia Militans. Was es aber nicht gibt, ist die Ekklesia Ambulans. Ambulare, das wissen die Lateiner, bedeutet spazieren gehen. Es gibt keine Ekklesia Ambulans, also die Gemeinde derer, die sich aus der Verantwortung für den Herrn und seinen Dienst einfach rauszieht. Das ist dann die spazierende Gemeinde, die noch so daneben herläuft irgendwie. Die Ekklesia Ambulans, weil sie nur noch spazieren gehen wollen, Rosen züchten wollen, Kinder besuchen wollen und Reisen machen wollen. Und dagegen sagt Paulus Vers 22, wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und ihr Lieben, darin liegt eine starke Ermutigung auch für Christen in höherem Alter. Du darfst wissen, der Herr will dich noch gebrauchen. Du darfst wissen, der Herr wirft keinen zum alten Eisen, den er noch auf dieser Erde lässt. Denn wenn er dich hier nicht noch einsetzen wollte, hätte er dich schon zu sich in den Himmel geholt. Ein gläubiger Professor, der kürzlich pensioniert wurde, sagte mir vor einigen Monaten, Rente. Und er lächelte dabei, Rente ist ja kein biblisches Konzept. Und damit meinte er nicht die Rentenzahlung, die man nach einem Arbeitsleben guten Gewissens in Anspruch nehmen kann. Sondern als er sagte, Rente ist ja kein biblisches Konzept, meinte er damit, dass ich mich selbst aus dem Dienst für Jesus entlasse. Dass ich sage, naja, du bist jetzt verrentet, jetzt lass mal die Jungen ran. Er hatte als Hochschulprofessor auch darum gekämpft, dem Herrn von ganzem Herzen zu dienen. Warum sollte er jetzt damit aufhören? Weiterkämpfen. Das gilt für jeden Beruf. Das gilt für jeden Stand. Können Sie sich vorstellen, dass Paulus sich zurückgezogen hätte, um nur noch Gartenpflege und Gassigehen zu betreiben? Oder sonstige Steckenpferde wie Briefmarken sammeln, Netflix-Serien gucken oder sonst was? Dass das ein Lebensinhalt geworden wäre, können Sie sich das vorstellen? Natürlich können Sie es sich nicht vorstellen. Natürlich, die Mittel von Paulus, während er das schreibt, waren begrenzt. Wer in Haft ist, kann keine Missionsreisen machen. Aber er konnte Briefe schreiben, er konnte Besuche empfangen, er konnte seine Bewacher missionieren, er konnte so viel tun. Und wir verdanken dieser Gefängniszeit diese wunderbaren Verse. Wenn Gott dich noch hier lässt, dann hat er einen Auftrag für dich. Vielleicht bist du zeitweilig ans Bett gebunden. Möglicherweise hören das jetzt einige auch, die das zu Hause in ihrem Krankenbett hören. Und trotzdem, du kannst beten und wir brauchen deine Gebete. Und du kannst Telefonate führen. Du kannst dem Herrn dienen mit dem, was er jetzt von dir möchte. Und so wird dieses persönliche Zeugnis von Paulus für uns zu einer Anfrage an unsere eigene Lebensplanung und an unsere eigene Zeitgestaltung. Der Apostel beschränkt sich deshalb am Ende auch nicht darauf, uns diese Alternative zu zeigen, also heimgehen oder weiterkämpfen, sondern er formuliert eine eindeutige Präferenz. Also was er jetzt vorzieht, obwohl er das ja, wie wir schon sagten, nicht selbst entscheiden kann. Er sagt eindeutig, es ist nötiger zu bleiben um euretwillen. Und dann fügt er in Vers 25 hoffnungsvoll hinzu und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Also wörtlich kann man das übersetzen, weil ich davon überzeugt bin, was ich eben in Vers 24 geschrieben habe, dass es nötiger ist, bei euch zu bleiben, weil ich davon überzeugt bin. Darum weiß ich, dass ich bleiben und an eurer Seite bleiben werde. George Whitfield hat gesagt, wir Gläubigen sind unsterblich, bis unsere Arbeit getan ist. Wir Gläubigen sind unsterblich, bis unsere Arbeit getan ist. Woher war Paulus so sicher, dass er nochmal kommen würde? Einige denken, dass Paulus vielleicht eine besondere Offenbarung von Gott erhalten hat, in der ihm das gesagt wurde, aber das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, weil Paulus das in der Regel immer gesagt hat, wenn er sowas Besonderes von Gott bekam. Wahrscheinlicher ist wohl, dass das eine innere Überzeugung war, die Gott ihm geschenkt hat. Wenn er sah, wie die Sellen die Philippa noch brauchten und manche anderen Gemeinden. Wenn er sah, dass seine Arbeit irgendwie noch nicht getan war, kam in ihm immer stärker die Gewissheit durch, der Herr hat wohl noch einen weiteren Auftrag für mich auch außerhalb des Gefängnisses. Und so kann er dann ganz offen schreiben in Vers 25, ich gehe davon aus und dann folgt ein Wortspiel, dass ich bleiben und an eurer Seite bleiben werde. Werde menno kay para menno. Ich gehe davon aus, dass ich bleiben und zwar an eurer Seite bleiben werde. Solange der Herr das schenkt. Und warum werde ich bleiben und bei euch und an eurer Seite bleiben, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben und damit euer rühmenden Christus, Jesus, größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Also Paulus sagt, Leute, ihr könnt euch darauf verlassen. Wenn ich hier nochmal rauskomme, dann werde ich nicht mich zurückziehen in einen Schrebergarten am Rande von Rom, sondern ich werde alles tun, um euren Glauben zu stärken, um euch zu ermutigen, um für euch dienend da zu sein. Und wie wir wissen, ist Paulus wirklich nochmal freigekommen, wahrscheinlich um 63 nach Christus und er ist nochmal auf Dienstreisen gegangen. Seine Erwartung wurde voll bestätigt. Darüber wird an anderer Stelle zu reden sein. Aber für heute genügt uns diese Predigt aus der Gefangenschaft. Diese Predigt, und ich hoffe, Sie haben es gehört, die von Freude durchpulst ist. Lesen Sie das unbedingt nochmal. Es ist, als würde Paulus uns anschauen und sagen, wenn du Freude suchst, hier ist sie. Wenn Gott deinen Lebensweg führt, wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du zu Jesus? Wenn er dein guter Hirte ist, dann kann dir nichts mehr passieren. Dann geht es nur noch um gut oder besser. Es bedrängt mich beides hart, wenn der Herr mich heimholt, wenn der Herr mich weiterkämpfen lässt. Dann geht es nur noch um gut oder besser oder genauer gesagt, dann geht es darum, wann was das Beste für dich ist. Wann Gott dich heimholt, um auf ewig in der Ekklesia Triumphahns mitzusingen. Und wie lange er dich und mich noch hier lässt, um die Ekklesia Militans zu verstärken. Und wenn er dich noch hier lässt, dann hat er immer auch Arbeit für dich. Dass du bleiben sollst zur Förderung und zur Freude deiner Mitgeschwister im Glauben, damit euer Rühm in Christus größer werde. Ja, wie lange er dich noch hier lässt, das wirst du sehen. Aber er will dich einsetzen, damit du dich für die Glaubensfreude der anderen einsetzen kannst. Und das wird dein eigenes Herz mit Freude erfüllen. Gestern Nachmittag erhielten wir die SMS von lieben Freunden. Ihre Mutter ist heimgegangen mit über 90 Jahren. Mit über 90 Jahren. Wir haben sie auch kennen dürfen. Eine bewährte Fahrfrau, schon lange Witwe. Aber diese Witwe hat wirklich bis in ihre letzten Lebensmonate hinein ihren Dienst getan. Nicht nur für ihre eigenen Kinder. Auch für uns hat sie ganz treu gebetet. Und sie hat im höchsten Alter immer mal wieder ein Päckchen für uns gepackt, das dann plötzlich ankam. Und dann lag eine mutmachende Karte drin, unter anderem mit einem biblischen Gruß. Und wenn man sie gefragt hätte, warum machst du das? Dann hätte sie geantwortet, das hätte gut gepasst mit diesem Vers 25. Euch zur Förderung und Freude im Glauben. Darum mache ich das. Sie hat selbst aus dieser Freude gelebt. Und sie hat in dieser Freude weiter gekämpft für die Gemeinde Jesu bis zum Schluss. Und gestern Nachmittag hatte dann Jesus ihren Heimgang terminiert. Unsere Freunde konnten bei ihr sein und ihre letzten Atemzüge begleiten mit dem Lied von Philipp Spitter, das wir jetzt auch singen werden. Mit diesem Lied, in dem genau gesagt wird, warum uns als Christen nichts mehr passieren kann. Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt. Die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land, er lässt sie nicht verderben. Er führt sie aus und ein. Im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Und die letzte Strophe blickt dann weit nach vorne. So hilf uns, Herr, zum Glauben und halt uns fest dabei. Lass nichts die Hoffnung rauben, die Liebe herzlich sei und wird der Tag erscheinen, da dich die Welt wird sehen. So lass uns als die Deinen zu Deiner Rechten stehen. Herr Jesus Christus, wir beten Dich an als unseren Herrn und wir danken Dir, dass Du unser guter Hirte geworden bist, der unser Leben schon jetzt in Sicherheit gebracht hat und dass wir wissen, welchen Weg Du uns auch immer führst, dass es ein guter Weg ist in jeder Sekunde und dass Du das richtige Maß hast und das richtige Timing für alles, was unser Leben betrifft, Herr. So wollen wir uns Dir ganz neu anvertrauen und Dich bitten, hilf uns, Dir treu zu sein und lass jeden von uns, solange Du ihn noch hier auf dieser Erde lässt, immer wieder erkennen, was Dein Auftrag ist, Herr, wozu Du uns noch hier lässt und lass uns Dir dienen zur Freude unserer Glaubensgeschwister, zur Rettung noch mancher Verlorener und zur Ehre Deines heiligen Namens. Amen. Und nun lasst uns das Lied miteinander singen, es kennt der Herr, die Sein. untertitelung,